Das darf nicht wahr sein. Angela! Das gefällt euch! Was wollt ihr doch mehr? Lassen Sie mich! Ich mach euch alle! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Vixer! Ja! Woo! Das ist unmöglich! Ich hab Sie getroffen! Ich hab Sie ungenietet! Ich spür's! Ich hab's Ihnen doch gesagt! Man kann Sie nur stoppen, wenn man Ihren Kopf trifft. Das ist Ihre einzige verwundbare Stelle. Vergessen Sie das nicht! Andernfalls verschwinden Sie nur Zeit und Munition! Das könnte Ihren Tod bedeuten! Glauben Sie mich! Glauben Sie mich! Weilen wir weiter! Glauben Sie mich! Glauben Sie mich! Glauben Sie mich! Glauben Sie die Schüsse! Sie brauchen sich hier gar nicht so aufzuspielen, Sie Idiot. Sogar Ihr eigener Sekretär hat Sie im Stich gelassen. Was war das? Das muss jemand sein, der nicht infiziert ist. Wir müssen ihm helfen. Das ist zu gefährlich. Was sollen wir denn da unternehmen? Ja, genau. Ich meine, wenn Sie gehen, dann werde ich auch gehen. Nein, Claire, du darfst nicht gehen. Als mein Vater gegangen ist, hat er dasselbe gesagt. Er hat gesagt, er will meiner Mutter helfen. Aber er ist nicht wiedergekommen und sie auch nicht. Und wenn du da jetzt rausgehst, wirst du auch nicht mehr zurückkommen. Keine Angst, Rani. Ich werde wieder zurückkommen. Ich verspreche es dir. Wirklich? Apropos, haben wir irgendwas, was ich als Waffe benutzen kann? Na, das kann ja heiter werden. Hallo? Ist da jemand? Keine Antwort. Das ist kein gutes Zeichen. Los, runter. Leon, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Sie waren das? Naja, schön, dass es Ihnen gut geht. Sie sind nur zu dritt? Ja. Und die Verstärkung? Keine. Wir bringen sie raus. Es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber haben Sie überhaupt so etwas wie einen Plan? Wir werden durch die Lobby laufen. Sie sind doch verrückt. Die Lobby wimmelt doch nur so von diesen Kreaturen. Aber da können wir sie gut sehen. Ein längerer Weg wäre viel gefährlicher. Er hat recht. Sie sind nicht schnell. Wir kommen an ihn vorbei. Ach ja? Und seit wann hat so eine Alternativkante von so einem Rettet-die-Blümchen-Laden-Ahnung von sowas? Sie ist eine der wenigen Überlebenden von Raccoon City. Sie hat wesentlich mehr Erfahrung mit diesem Albtraum, als wir alle zusammen. Raccoon City ist das nicht wo? Ja. Los! Bleib immer bei mir, Anni. Weiter! Danke! Renato! Take help me! Greg! Gregg! Scheiße! Er wurde gewissen! Er ist gewissen worden! Komm nicht näher! Geht ohne mich weiter! Gregg! Warte! Lassen Sie ihn! Gregg! Gregg! Nein! Gregg! Gregg! Sind Sie okay? Sieht es so aus, als wenn ich okay wäre? Und da sollen wir durchkommen? Wir müssen so viele umlegen, wie möglich. Und dann werden wir rennen. Angela, sind Sie bereit? Ja, klar. Geht das denn nicht ein bisschen schneller? Sie roten sich hier zusammen. Hä? Wir werden da nicht durchkommen, nicht wahr? Das wird nicht leicht. Wir müssen los. Agh! Ah! Ah! Nani! Claire! Claire! Bist du okay? Ja, geht so. Ja, geht so. Rani, alles klar mit dir? Claire! Ja! Ja, geht so. Wir müssen los. Danke dir. Wo ist der Senator? Ja, endlich! Ich bin's! Nicht schießen! Ja, endlich! Ja! Ja! Ja, endlich! Ja!